Okay Leute, ich muss ehrlich sein, ich sitze jetzt hier seit ungefähr einer Stunde, gucke mir diesen Trailer immer und immer wieder an und ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich Positives dazu sagen soll. Ich meine, ihr kennt mich, ich bin eigentlich immer jemand, der irgendetwas nimmt, auch wenn es populär total verschrien ist und dann versucht noch irgendwas Positives daraus zu ziehen, aber bei dem Trailer jetzt hier, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich persönlich finde ihn einfach schlecht. Aber bevor jetzt einige von euch in die Kommentare schreiben, oh Armitas, wie kannst du nur, hört mir zu. Vielleicht finde auch nur ich ihn schlecht, persönlich, weil ich das Buch kenne und weil mich dieser Trailer jetzt total irritiert. Wer weiß, vielleicht ist die Serie ja am Ende ganz gut, mal sehen. Es geht heute um den Trailer zur Miniserie quasi, weil die Serie hat nur vier oder soll nur vier Folgen haben auf Netflix. Der Befreier oder im Original The Liberator. Ich habe es jetzt schon gesagt, es ist im Grunde genommen eine Buchverfilmung. Ich will jetzt nicht sagen Romanverfilmung, weil das Buch ist eigentlich ein biografisches Werk. Aber wenn man es liest, ist es eher im brusarischen Romanstil geschrieben, als dass es wirklich eine klassische Biografie ist. Das Buch an sich heißt auch Der Befreier, die Geschichte eines amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Von daher bin ich eigentlich erst, weil ich das Buch kenne, auf diesen Trailer zu der Serie aufmerksam geworden. Habe mir den Trailer angeguckt und wie gesagt, ich bin etwas irritiert von dem Trailer, beziehungsweise ich finde ihn persönlich wirklich schlecht. Weil er so ziemlich gar nicht das wiedergibt, was das Buch eigentlich ist. Ich verlinke euch natürlich den Trailer nochmal unten in der Videobeschreibung, weil ich habe mir im Grunde genommen vorgenommen, wie bei meinen anderen Trailerbesprechungen, dass ich den jetzt mit euch irgendwie zusammen durchgucke und dann bei speziellen Stellen anhalte. Aber es gibt in diesem Trailer einfach nichts, wo ich jetzt sagen könnte, okay, da halte ich an und da erzähle ich ein bisschen was drüber. Weil der Trailer, also wenn ihr ihn jetzt schon selbst gesehen habt, ist im Grunde genommen nur eine Ansammlung von lustigen Sprüchen, ein bisschen melakolisches Gerede darüber und eine bombastische Inszenierung an Waffenfeuer und Explosionen und Amerikanern, die lächelnd irgendwelche deutschen Soldaten umbringen. Und das ist so ziemlich all das, was das Buch nicht ist. Weil das Buch ist wirklich gut und ist auch ein Buch, was ich jedem irgendwie empfehlen kann. Von daher, auch das findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und so ziemlich nichts, was im Buch vorkommt oder was im Buch eine zentrale Rolle spielt, wird in diesem Trailer thematisiert. Also gar nichts. Wie gesagt, das kann in der Serie alles was anderes sein, aber dieser Trailer ist komplett irreführend. Und daher habe ich mir gedacht, ich nehme heute das Video so ein bisschen zum Anlass, um darüber zu reden, wie man Marketing für eine historische Produktion oder für eine historische Serie jetzt in diesem Fall komplett falsch machen kann. Oder was heißt komplett falsch machen kann? Zumindest den Zuschauer auf eine komplett falsche Fährte führen kann, um dann den Zuschauer ein Produkt zu präsentieren, was vielleicht etwas komplett anderes ist, was er sich dann von dem Trailer erhofft hat. Zumindest hoffe ich, dass bei dieser Serie, dass die Serie was komplett anderes ist als der Trailer. Weil, wie gesagt, der Trailer, ihr habt es ja schon ein paar Mal gesagt, hat wirklich nichts mit dem Buch selbst zu tun. So, aber jetzt gehen wir erstmal einen Schritt zurück und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen zu dem Buch an sich. Das Buch, habe ich anfangs schon gesagt, ist im Grunde genommen eine Art biografisches Werk. Und zwar geht es im Buch um einen amerikanischen Soldaten, Felix Lawrence Sparks. Felix Sparks ist 1917, wenn ich mich richtig erinnere, geboren und 2007 dann im Alter von 90 Jahren gestorben. Und als junger Mann war er im Zweiten Weltkrieg, wie der Titel das alles schon sagt, eben als amerikanischer Soldat im europäischen Kriegsschauplatz eingesetzt. Er hat teilgenommen an der Invasion von Italien, an der Schlacht von Anzio, wo er auch als einziger Soldat, ich glaube, seines Regiments überlebt hat. Hat nach der Schlacht, glaube ich, sein erstes Purple Heart bekommen, ist dann aber wieder an die Front. Und zwar war er bei der Landung in der Provence dabei, dann auch bei der Ardennen-Offensive und zuletzt dann in der Häuserschlacht von Aschaffenburg. So, das war's, glaube ich. Also man sieht hier schon, ja, es geht hier um einen Mann, der in wenigen Jahren sehr, sehr viel erlebt hat. Und das, wenn man jetzt den Trailer sieht, mag man ja auch irgendwie dann unter einen Hut bekommen. Ja, in dem Trailer geht es um diese Person, die da mit ihren Kumpels, sag ich jetzt mal, da durch eine Schlacht nach der nächsten kommt und dann letztendlich den Krieg überlebt. Aber der Kernpunkt dieses Buchs ist nicht die ganzen Schlachten oder ist nicht der Weg mit seinen Kumpels da durch den Krieg durch. Ich meine, der Hauptpunkt des Trailers hier ist ja jetzt quasi, dass er sich für seine Einheit da einsetzt und für seine Einheit dann wieder in den Kampf zurückkommt. Und da geht es dann nochmal so ein bisschen um Staaten-Pathos. Er spricht hier immer wieder seine texanischen Kameraden an, wobei das teilweise auch recht kontrovers ist in diesem Trailer, weil hier werden einige Vergleiche gezogen zu den Vorfahren dieser Kameraden und er betitelt hier einmal die große texanische Armee, die die Franzosen beim 5. Mai besiegt haben. Aber dann ein paar Sätze später sagt er dann, ja, das sind die Enkel der größten Indianerkrieger der Prärie, was ein bisschen awkward ist, weil im Grunde genommen ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Soldaten eher die Nachfahren der Soldaten sind, die gegen die Indianerkrieger in Texas gekämpft haben und sie vertrieben haben und getötet haben. Von daher schwierig. Aber das alles ist nicht der Kern des Buches, denn der Kern des Buches ist der Befreier. Und jetzt mag man sich die ganze Zeit fragen, ja, ich habe jetzt ganz viel gehört von Schlachten und von texanischen Kameraden und was weiß ich alles, aber wieso heißt diese Serie denn jetzt der Befreier? Und hier habe ich so ein bisschen Angst, dass die Produktion das Buch nimmt und den Titel des Buches und die gute Aussage des Buches und es irgendwie in etwas sehr komisches anderes umdreht. Weil im Buch ist es ganz klar, dass Felix Sparks seine ganze militärische Karriere bei einem Event komplett an die Seite stellt. Er war bei ganz vielen Schlachten dabei, aber eine Sache hat ihn mehr geprägt als alles andere und zwar seine Ankunft in Dachau. Und da will ich jetzt gar nicht für die Leute, die das Buch vielleicht noch lesen wollen, da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das war ein Ereignis in seinem Leben, was ihn so sehr geprägt hat, dass er seine ganze restliche militärische Karriere so ein bisschen an die Seite geschoben hat. Weil das doch für ihn so eine Art Wendepunkt war. Und nicht nur im Positiven, dass er da jetzt ganz viele Menschen auf einmal befreit hat, sondern tatsächlich auch im Negativen, also jetzt mal vom Menschlichen ganz abgesehen, weil er hat, und das wird in der ungekürzten Variante des Buches auch sehr gut beschrieben, an diesem Zeitpunkt auch seine Kameraden, die er in höchsten Ehren gehalten hat, Dinge tun sehen, wo er vorher nie mit gerechnet hatte. Weil es kam ja dann in Dachau auch zu Hinrichtungen von SS-Offizieren und anderem Personal durch seine Kameraden ohne irgendeine Art von gerichtlichen Prozess, was ihn dann auch sehr geprägt hat, weil er ja auch vorher angefangen hat, schon Jura zu studieren, bevor er dann eingerufen wurde in den Zweiten Weltkrieg. Und nachdem er aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam, hat er dann auch eine richterliche Karriere weiterverfolgt. Und von daher war das schon so eine Art großes Ereignis in seinem Leben. Und wovor ich jetzt bei dieser Serie hier speziell Angst habe, ist, dass dieser Titel, Der Befreier, komplett umgedeutet wird. Dass es nicht mehr um dieses lebensverändernde, wirklich tragische Ereignis in seinem Leben handelt, sondern, dass man das Ganze in ein größeres Narrativ spinnt und jetzt Felix Sparks als Galleonsfigur, als Befreier eines ganzen Europas sieht. Es hat dann natürlich noch so einen kleinen Beigeschmack, wann die Serie rauskommt, nämlich am 11. November. Und im englischen Originaltrailer wird das nochmal ganz toll deutlich gemacht. Das ist in der deutschen Fassung, die ja auch nur mit Untertitel da ist, immer noch mit englischem Ton. Aber in der deutschen Fassung sind auch einige Sachen rausgeschnitten, wie zum Beispiel die Einspielung, dass es am Veterans Day rauskommt. Und Veterans Day gerade in den USA ist ja immer ein großes patriotisches Ereignis, was ja auch so gesehen nicht falsch ist. Es geht ja darum, alle Soldaten zu ehren, aber gerade in den letzten Jahren ist der Veterans Day so ein bisschen umgeschwungen in ein nur USA-thematisches Szenario. Und genau an diesem Tag dann so eine Serie rauszubringen, die dann im Trailer-Material eher actionlastig und juhu, wir bringen grinsend und Sprüche klopfend und Nazi-Soldaten um, ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Gerade wenn man dafür noch eine historische Person benutzt und das Ganze auf der Basis based on real events widerspiegelt. Ich persönlich finde es ja total spannend, dass gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Filmindustrie und die Serienindustrie immer weiter versucht, zumindest das Ganze mehr realistisch aussehen zu lassen, mehr in die Schiene based on real events. This is the true story of und die nicht erzählte Wahrheit hinter, oder diese ganzen Marketing-Sprüche da. Und dann hat man Filme, die wirklich gut sind, wie jetzt 1917 oder Dunkirk, die schon in einem realeren Setting angesiedelt sind als Filme vor 20, 30 Jahren, aber die fiktive Personen in dieses Narrativ reinbringen. Und dann auf der anderen Seite haben wir das Material, was keine fiktiven Personen hat, wie jetzt hier zum Beispiel mit Felix Sparks und dann hat man auf einmal diese realistische Person und macht dann ein komplett fiktives Narrativ draus. Also im Grunde genommen genau andersrum als bei diesen großen Blockbusters. Und da frage ich mich jetzt natürlich an der Stelle, ist das Ganze nur ein Marketing-Trick, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen am Veterans Day die ganzen Soldaten und ehemaligen Soldaten und ihre Familien ansprechen, sich einen guten amerikanischen Bum-Bum-Film oder eine Bum-Bum-Serie anzugucken, wo viel Explosionen passiert und wo gesichtslose Gegner reihenweise umgebracht werden, um dann vielleicht durch das Reinholen dieser Masse an Zuschauern doch noch eine gute Story zu erzählen, wie wir sie eben im Buch haben. Oder was ich wirklich nicht hoffe, dass man sich dann auf dieses Bum-Bum-Kino besinnt und dann das Ganze nur so ein Popcorn-Ding über vier Episoden wird. Weil auch wenn man aus dem Trailer jetzt nicht so viel rausziehen kann, man kann mindestens schon mal drei verschiedene Kampf-Schauplätze sehen. Wir haben eine Landung, wir haben ein großes leeres Feld und wir haben eine Stadt, was meiner Einschätzung nach zumindest mal die Landung in der Provence, vielleicht die Schlacht bei Anzio und der Häuserkampf in Aschaffenburg sein könnte. Und da haben wir schon drei größere Schlachten. Und das Ganze in nur vier Episoden zu packen und dann noch die moralische Geschichte der Befreiung von Dachau reinzubringen, ist meines Erachtens relativ schwierig. Und gerade in der letzten Zeit, wo ja viele Serien eher wenige Episoden zu haben scheinen, ich meine, Game of Thrones letzte Staffel hat man gesehen, wie das gelaufen ist oder jetzt auch Barbaren, wo ich ja letztens ein Video drüber gemacht habe, hat auch nur sechs Folgen in der ersten Staffel und da haben mir viele Leute unten drunter kommentiert, dass sie die Serie eigentlich ganz gut fanden, wenn sie denn acht Folgen gehabt hätte anstelle von nur sechs. Und hier bei Derbe Freie haben wir im Grunde genommen sogar mehr Material, was wir reinbringen könnten in diese Serie, haben aber noch mal zwei Episoden weniger. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was die Produktion daraus macht. Ich meine, ich habe ja am Anfang schon gesagt, was meine Meinung zu dem Trailer ist. Jetzt hätte ich gerne eure Meinung dazu oder deine Meinung speziell dazu als Zuschauer gerade hier. Hast du den Trailer gesehen? Wie findest du den Trailer? Also jetzt mal von diesem neuen Artstyle abgesehen, wirklich vom Inhalt her. Und die besondere Frage, die mich interessiert ist, fandest du, dass man in diesem Trailer die Bedeutung des Titels wieder sieht? Also wir haben diesen Trailer auf der anderen Seite, der uns Blut und Zerstörung zeigt und dann haben wir den Titel der Befreier und was ist deine erste Assoziation damit gewesen? Und hast du vielleicht das Buch vorher schon gelesen oder kennst du das Buch und wusstest du daher vielleicht schon, um was es ungefähr geht? Schreib es mir doch bitte mal in die Kommentare, weil es würde mich an der Stelle wirklich, wirklich brennend interessieren. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wo wir vielleicht mal wieder einen Trailer oder irgendwas besprechen, was man eher besprechen kann. Und von daher, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.